Mit den SEMO DT-Mobil EASY 210 Liter und 440 Liter bekommt die Familie der mobilen SEMO Diesel Tankstellen innovativen Nachwuchs. Und in der Ausführung Kombi 440-50 Liter findet sogar noch ein AdBlue Tank Platz. Wie bei den anderen Modellen lohnt sich auch hier ein Blick auf die Details. Der variable Deckelanschlag ermöglicht bei einigen Varianten sowohl eine linkseitige als auch eine rechtseitige Montage. Integrierte Handgriffe und Staplertaschen machen die Tankstelle besonders transportfreundlich. Hinzu kommen teilweise klappbare Kran- und Verzurrösen zur vorschriftsmäßigen Ladungssicherung. Egal in welcher Variante, mit der integrierten Schlauchhalterung bleibt auch unter dem Deckel alles ordentlich. Die SEMO DT-Mobil EASY ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Mit der Flüster-Leisen-Elektropumpe Sentry SP30 wird das Betanken zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. SEMO DT-Mobil EASY 440 Liter und Mobil Kompi 440-50 Liter – Innovation made by SEMO.